Wunderschöne guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der André. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir dachten ja, wir haben schon mal gepodcastet und waren gerade beide überrascht, dass wir unsere Skype-Daten ausgetauscht haben. Du warst noch nicht zu Gast, zumindest nicht bei mir. Wir sprechen wahrscheinlich einfach schon so lange darüber, dass ich davon ausgegangen bin. Das müsste inzwischen einfach mal passiert sein. Man verliert ja auch so ein bisschen den Überblick. Du bist André Peschke und stellst dich doch jetzt am besten selber mal kurz vor. Ganz genau, ich bin der André. Ich war von 2003 bis vergangene Woche Chefredakteur von Krawall.de. Ich wechsle jetzt ein Team von GameStore, GamePro und so weiter bei ADG. Genau, das soll auch so ein bisschen unser Thema sein, weil Krawall ja schon ganz schön lange dabei ist. Wie lange genau? Das ist noch viel länger, als ich dabei bin. Das ist gestartet als so ein Projekt von einer Werbeagentur, also beziehungsweise von zwei findigen Mitarbeitern einer Werbeagentur, damals dem Hendrik Manns und dem Jens Otto. Und die haben das so um 97, haben sie das Projekt gestartet. 98 ist es, glaube ich, zum ersten Mal am Netz gewesen. Und ja, da ging es los. Da ging es los als ganz normales Spiele-Magazin oder Blogs gab es ja, also Spiele-Blogs gab es in der Zeit ja noch nicht so richtig. Naja, also ich meine, die sahen vielleicht schon so aus. Man hat es halt nur noch nicht Blog genannt. Ja, genau. Wenn man auch seine eigene, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Webdesign-Agentur betreibt und sowas, ist ja immer der Ungenannte. Da müssen wir auch hier, ne? Hallo Jens. Den kenne ich halt nicht, also Hendrik kenne ich halt zumindest, deswegen ein Gruß an beide, genau. Wie lange haben, oder was haben die denn geprägt oder wie hat sich das denn unterschieden? Also als du dazu kamst, war das ja schon ein richtiges Unternehmen. Als die das gestartet haben, hat es ja wirklich so als Hobby-Projekt angefangen, oder? Vielleicht kannst du da so ein bisschen zu den Ursprüngen sagen. Ja, ich kann dann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe es ja auch nur erzählt bekommen. Aber tatsächlich war es wohl so, dass die zwei halt irgendwo sich für Spiele interessiert haben. Dann hat man damals gesehen, so, ah, hier, Internetwerbemarkt läuft gut. Und die sind dann damals zu ihrem Chef hingegangen, dem Sven Reuter, und haben gesagt, hier, lass doch so eine Spiele-Website machen und dann können wir da ganz viel Geld einsammeln. Und der Sven Reuter, der war eigentlich schon immer so ein Entrepreneur und hat gesagt, so, ja, alles klar, dann mach das mal. Und dann haben die das halt so erstmal neben der Arbeit quasi als kleines Projekt gemacht und dann haben sie es gestartet und der Sven Reuter hat ihnen halt gesagt, so, alles klar, dann probiert es doch mal aus mit dieser Internet-Webseite. Und wie gesagt, also die ganze Story dann von da bis dann später zu erzählen, das würde diesen Podcast sprengen. Aber die Quintessenz ist, man wollte diesen Online-Werbemarkt mitnehmen, dann plasste um 2000 rum diese große erste Online-Werbeblase. Und dann sagte man so, oh, ja, da verdienen wir jetzt dann doch nicht drei Millionen mit Werbung. Und das ging dann noch so ein bisschen weiter. Und dann hat sich Krawall ja, ich glaube, das war 2001, dieses Coins-Prämien-System einfallen lassen. Und da hatte dann die Mannschaft schon so halb gewechselt. Der Chris Klingelhöfer, der vorher da auch irgendwo im Marketing gearbeitet hat, der hat dann da das Ruder übernommen. Und der hatte auch dann quasi die Idee zu sagen, hey, wir sind eine Direct-Marketing-Firma, wir könnten ja diese ganzen Erkenntnisse, die wir aus diesem Bereich haben, darauf anwenden. Und Prämien-Systeme, damals war Webmiles noch ziemlich hip, das könnten wir ja mal für Gamer umsetzen und so. Und das fand man dann natürlich auch nochmal richtig super. Und damit kam Krawall damals nochmal einen Finanzierungsschub sozusagen aus der Firma von Sven Reuter raus. Und als ich dann 2003 dazugekommen bin, da fingen sie dann an, eine richtige zweite Redaktion aufzubauen. Die vorige Redaktion war da so anscheinend so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil es halt nicht so gut lief. Da haben sie dann also komplett die Mannschaft ausgetauscht. Und ich hatte vorher schon, ich habe in der Zeit von 2001 bis 2003, habe ich sehr, sehr frühe Handyspiele entwickelt. Und hatte aber Kontakt zu den Jungs von Krawall parallel und habe da immer so ein bisschen mitgemacht und habe dann da so als Berater der Chefredaktion, nannten wir das, mitgemischt. Und hatte dadurch auch immer so einen Fuß in der Tür, da in diesen journalistischen Bereich zurückzuwechseln. Hatte ja vorher schon bei Games Mania gearbeitet und so. Ja, und dann, als ich dann quasi bei meiner Firma, die musste dann schließen, weil diese Handyspiele sollten eigentlich finanziert werden durch die Einnahmen aus einem anderen Firmenteil, die aber nie profitabel wurde. Ja, und dann haben sie meine ganze Abteilung quasi geschlossen. Und das war genau der Punkt, als Krawall eine neue Chefredaktion suchte. Und weil wir schon vorher die ganze Zeit zusammengearbeitet haben. Und weil der Glebtritus, der heimliche Chefredakteur von Krawall damals war, war, aber nicht von Köln nach Idstein ziehen wollte, haben sie mir den schon gegeben. Und du warst aber vorher, also wo kommst du denn eigentlich her, aus welcher Ecke? Also du hast jetzt angesprochen, du hast Handyspiele programmiert. Bist du eher aus der Programmiererecke? Nee, nee, ich habe nicht programmiert. Ich habe Konzepte und Game Design und sowas gemacht und habe diese Abteilung dort aufgebaut. Aber das wurde dann von externen Programmiererteams umgesetzt. Ich bin kein Programmierer. Aber ich komme her, also ich habe ursprünglich mal dem Wunsch meiner Eltern nachgegeben und angefangen, Jura zu studieren. Und während meines Jurastudiums habe ich dann als Studentenjob angefangen, bei Infogramm in der Qualitätskontrolle und in der Produktevaluation zu arbeiten. Hauptsächlich letzteres. Das heißt, im Grunde genommen habe ich da schon Spiele getestet, aber für den Einkauf bei Infogramm. Das heißt, wenn ein junges Programmiererteam um 1998 rum oder so auf die Idee kam, dass sie Infogramm ihr Spiel verkaufen möchten, dann kam das zuerst zu mir und dann habe ich das mir angeschaut und dann habe ich dem Sales-Team quasi so einen Beurteilungsbogen gegeben, damit die dann schon mal so einen ersten Eindruck haben und nicht sich jeden Kram extra selber anschauen mussten. Ja, und dann habe ich von Infogramm aus, dann habe ich bei Games Media, das war eines von den frühen Online-Magazinen, da habe ich bei so einem Leserwettbewerb mitgemacht und habe dann einen Leserreview geschrieben. Und dann kamen die irgendwann und sagten, hey, du hast gewonnen, du kannst jetzt die 100 Mag haben oder einen Job. Und ich hatte zu der Zeit bei Infogramm, am Anfang habe ich da ein bisschen gehofft, dass ich da vielleicht so ein bisschen übernommen werde, aber die haben das deutsche, das Producing in Deutschland dann immer weiter abgebaut. Also um mich rum sind die ganzen Leute verschwunden, auch bei mir in dieser Produkt-Evaluationsabteilung. Als ich da angefangen habe, waren wir zu sechst und am Schluss war nur noch ich übrig. Und da war erkennbar, dass das so mit dem Übernehmen zumindest eine heikle Prognose war. Und dann habe ich halt den Job bei Games Mania angetreten und bin dann da nach Heidelberg gezogen. Als Redakteur. Als Redakteur, genau. Und dann bin ich da geblieben, dann bin ich dann rübergewechselt zu dieser Firma Blitztrade, wo ich dann diese Handyspiele-Division quasi mehr oder weniger geleitet habe. Die war auch nicht so groß. Und dann von da aus zu Krawall. Und warst seitdem dann, seit, was hast du gesagt, 2003? Warst du in der Chefredaktion? Korrekt. Genau. Das war ja dann eine eigenständige Firma oder war bei Krawall immer noch irgendwie ein Verlag oder ein Medienhaus oder irgendwas im Hintergrund? Also Krawall wurde dann genau just zu dem Zeitpunkt, als ich da dazugekommen bin, wurde es gerade in der GmbH ausgegründet. Die haben es dann zusammengeschlossen damals noch mit dem Michael Böcher, der mit seiner Firma Gameserver vermietet hat. Die wurde dann zu Kplay und Kplay wurde dann quasi die Gameserver-Sparte. Aber das wurde alles zusammengefasst in dieser Krawall Gaming Network GmbH. Aber der Hauptgesellschaft, der Sven Reuter, der hatte weiterhin seine Global Media und später die Global Group. Und das war immer unsere quasi Muttergesellschaft. Wir waren rechtlich tatsächlich immer eine ganz eigenständige Firma. Aber dadurch, dass unser Hauptgesellschaft und der Besitzer von der Firma auch eben Besitzer dieser anderen Firma war und wir im gleichen Büro saßen und dann halt auch mal hier Programmierer und so abgezogen wurden und so war das eigentlich immer so eng verbunden, dass wir das, das war für uns immer so die große Firma im Hintergrund. Wenn es knapp war bei Krawall, haben wir auch von denen dann immer mal so einen Zuschuss gekriegt. Du hast diese Coins-Geschichte und so schon angesprochen. Das war ja immer so ein bisschen das Zugpferd von Krawall, oder? Oder das Alleinstellungsmerkmal mit diesen Prämien- und Punktesystemen. Magst du da noch mal kurz für die Leute, die das gar nicht mitbekommen haben und quasi von euch jetzt erst hören, durch die Verabschiedung kurz erklären, was da so das Alleinstellungsmerkmal war? Ja. Das Coins-System ist so eine, also ich erkläre kurz erstmal, was es ist. Also Coins ist im Grunde genommen eine virtuelle Währung und für die Interaktion mit der Webseite, also alles, was so ein bisschen Mehrwert gebracht hat, also Kommentare oder Foren-Postings oder so, konnte man Coins verdienen, je nachdem, was das war. Also so ein Kommentar unter einer News-Meldung hat sehr wenige Coins gebracht. Für Foren-Kommentare gab es noch weniger, aber wenn man hinterher so Lesertests geschrieben hat, dann gab es halt ein paar mehr Coins. Und die gesammelten Coins konnte man dann im Premium-Shop eintauschen und dann konntest du halt dann kriegen, keine Ahnung, DVDs oder Krawalltassen oder Krawall-Shirts oder Spiele und so weiter und so fort. Also quasi das Gamification, was jetzt überall angepriesen wird, hattet ihr ja schon relativ früh eingeführt sozusagen. Das hatten die wahnsinnig früh. Das muss jetzt, wo ich sogar nachdenke, sogar schon 2000 eingeführt worden sein, weil als ich bei Games Mania war, haben wir gesehen, wie Krawall damit gestartet ist und haben noch gedacht, so boah, die Schweine, gute Idee und die verlosen einen Smart. Mein Gott, wie viel Geld müssen die haben? Aber tatsächlich ist... Und dann haben sie dich eingestellt und das Geld war weg. Ja, dann war es vorbei. Na klar, da haben die keine Smarts mehr verlost. Man muss aber dazu sagen, dass, weil ich das über die Jahre ja immer wieder hören musste, Coins war sicherlich so ein USP für Krawall. Aber wir haben hinterher auch dann gerade sozusagen unter meiner Ägide immer sehr stark dafür gesorgt, dass jetzt die Leute eben nicht dieses Coins-Spamming betreiben haben, Kommentare ausgesiebt haben, Leuten Coins abgezogen, die zu viel rumgemacht haben und sowas. Das heißt, Coins war sicherlich eine Kundenbindungsmaßnahme. Dafür sind solche Sachen ja da. Aber das, was eine Zeit lang ja immer so rumgeisterte, dass ihr habt ja nur so viele Zugriffe wegen der Coins. Das war eigentlich immer Blödsinn. Selbst zu den Hochzeiten von Coins konnte man eigentlich relativ deutlich immer sehen, dass das nicht der Fall war. Tatsächlich war es aber so, dass wir immer sehr, sehr viele News-Kommentare hatten. Also überproportional viele wegen der Coins, weil halt Leute versucht haben, da jetzt Coins abzugreifen, indem sie überall nur Erster reingeschrieben haben. Und da haben wir dann halt echt immer hinterher. Am Anfang haben wir einfach nur stark moderiert und dann irgendwann, als dann unser Personal dünner wurde, haben wir dann eine Zeichenbegrenzung eingeführt, dass du halt mindestens 60 oder so Zeichen schreiben musstest, bevor du einen News-Kommentar posten kannst, weil einfach so viele Leute da irgendwelchen Quatsch drunter geschrieben haben und dann hat sich da die Qualität gelitten. Aber das ist natürlich ein zweischneidiges, nee, wie sagt man da? Zweischneidiges Schwert? Ja, ja. Einerseits kriegt man natürlich durch diese Coins eine Kundenbindung hin und natürlich hat man auch erstmal Zugriffe durch die Leute, die da interessiert sind und die halt darauf anspringen. Aber für dich als Redaktion hat man es natürlich auch schwer, das immer zu verteidigen. So, nein, wir haben auch gute Inhalte, oder? Also so ein bisschen wie bei den Herrenmagazinen, wo man dann sagt, ich lese das nur wegen den guten Artikeln. Klar, man wird natürlich immer damit auch verbunden. Klar, also aber ist es ja eigentlich immer so. Ich meine, gerade, jetzt ist es so ein bisschen, oder vielleicht bin ich nicht nur entspannter geworden, aber als ich angefangen habe, war unter den Online-Magazinen noch so ein Hickhack und man hat eigentlich immer nur irgendeinen Vorwand gesucht, um die anderen klein zu reden. Man hat immer da gesessen und gesagt so, ja, euch liest man ja eh nur wegen eurer Tipps und Tricks Rubrik oder keine Ahnung. Oder sonst wen. Also genau. Es war schon immer so, dass man immer da gesessen hat, gesagt so, ja, oder 4Players. 4Players hat eh nur so viele Zugriffszahlen, weil sie halt freie Downloads noch anbieten und keine Registrierung davor stellen. Und wenn das mal rausgerechnet wäre, das will ich mal sehen. Und so weiter und so fort. Also es war schon immer so. Aber das war bei den Printmagazinen doch auch nicht viel anders früher. Also was Gunnar Lottmann erzählt hat, so wie die sich da immer gegenseitig mit Abmahnungen und wer hat jetzt welche Beilage im Heft und so weiter. Also ich glaube, da ist auch egal welche Branche, da wird immer mit rumgerechnet und rumgetrickst. Ja, bestimmt. Wobei das natürlich jetzt bei so großen Firmen, die dann irgendwo sich mich rechtlichen Mitteln vielleicht noch an den Karren fahren, ist das vielleicht noch was anderes. Aber da war es natürlich dann eher so dieses Geläster. Man hat ja auch irgendwie dann immer versucht. Jeder wusste ja auch, dass er seine eigene Seite immer ein bisschen groß gerechnet hat. Und entsprechend hat man natürlich auch bei allen anderen immer sofort gedacht, so ja okay, deren Zahlen sind natürlich auch irgendwie schön. Genau. So, jetzt stand es in voller Blüte und im Saft. Erzähl doch mal so ein bisschen über die, es lief ja dann auch ganz gut bei euch, würde ich mal sagen, sonst wäre es ja schon früher aus gewesen. Was, wo siehst du jetzt so die Gründe darin, dass jetzt dann doch irgendwann der Stecker gezogen wurde? Warum jetzt? Also warum jetzt ist eine andere Frage als wie, wieso es dann quasi auch bergab ging. Also was man sagen muss ist, will da eigentlich gar nicht jetzt anderen Leuten so viel den schwarzen Peter zuschieben. Bei Krawall war es so, als ich das sogar... Ganz kurz, was wir vielleicht noch kurz dazu sagen müssen, wer die Historie nicht verfolgt hat, ihr wurdet vor einem, eineinhalb Jahren von IDG gekauft. Im März 2012. Genau. Also das ist jetzt halt so dieser Knackpunkt. Vielleicht lassen wir es erst mal bis zu dem IDG besprechen, wie es dazu kam. Genau. Also die Sache war so. Als ich dazu kam, war gerade der Punkt erreicht, dass quasi dann unser Hauptgesellschaft gesagt hat, hey, ich habe jetzt so viel Geld in diesen Laden gesteckt, jetzt müsst ihr sehen, dass der profitabel wird. Ich schieße da jetzt nicht immer wieder Kohle rein. Und man muss sagen, dass wir da sehr heldenhaft gekämpft haben, aber auch selbst in den guten Jahren von Krawall eigentlich immer geknapst haben und es gab immer wieder Jahre, wo wir ein Defizit hatten, wo dann eben doch jemand nochmal unseren Haushalt quasi ausgleichen musste. Also wir waren schon so leicht griechenlandisch. Also klar, da war dann vielleicht mehr Umsatz, aber wir hatten auch viel mehr Leute, wir haben viel mehr gemacht, dann waren wir hier und da und auf der Gamescom und so, wobei die Gamescom war Sponsoren finanziert, aber zum Beispiel, wir waren auf der Gamescom, Games Convention hieß es ja damals noch, Entschuldigung, Games Convention, auf der dritten Games Convention in Leipzig hatten wir einen Stand, der war richtig schön, der war richtig groß und dann ist uns halt aber, das war fantastisch organisiert, ich hatte ja zwei Kollegen und hinterher zwei Partner, wir haben ja hinterher Anteile an der Firma gehabt, der Götz Klingelhöfer und den Stefan Siefert und das sind zwei extrem brillante Menschen, jeder auf seine Art und der Götz war unser Marketinggenie sozusagen und Stefan ist Technik und Finanzen gewesen. Das sind so die Leute, denen das überhaupt zu verdanken ist, dass es Krawall soweit geschafft hat, ohne mich, also mit mir wäre das nie was geworden. Und Götz haben wir es zu verdanken, dass er es tatsächlich geschafft, diesen Stand komplett ja durch Sponsoren zu finanzieren und dann ist ihm aber halt eine Woche vorher oder so damals Activision, glaube ich, war es abgesprungen und dann war auf einmal 20.000 Euro weg. Einfach so. Und dann, das war für eine Firma wie Krawall zum Beispiel schwer zu verkraften, wo andere Firmen sagen würden, 20.000 Euro, ja gut, weg. Und es war eigentlich schon immer so, dass wir immer so am Jahresende so, ja okay, ja doch, wir haben glaube ich, ja schon so schwarzisch und so und dadurch, dass halt natürlich jetzt die Bereitschaft zu Neuinvestitionen seitens unserer Muttergesellschaft nicht mehr da war und die eh schon immer mürrisch geschaut haben, wenn wir tatsächlich dann mal keinen Profit gemacht haben, ja, und umgekehrt dann aber, unsere Muttergesellschaft hat dann ganz viele andere neue große Projekte angeschoben, die für die viel, viel wichtiger waren, ja, und die auch theoretisch viel größere Erfolgs- oder Profitchancen hatten als Krawall und dann haben die angefangen halt quasi, damit sie überhaupt was von uns haben, uns Ressourcen abzuziehen und haben gesagt, nee, eure Programmierer arbeiten jetzt hier an, ja, und rein unternehmerisch ist das alles sehr, sehr verständlich gewesen, aber für uns war das natürlich eine endloser Frust, weil die Seite stand ewig still, wir konnten unsere ganzen Ideen, wir hatten so schöne Ideen, ja, ich, zum Beispiel hab ich schon seit 2005 oder sowas, war was, wollte ich als Krawall sowas ähnliches machen wie Game as Global, ja, und, und mit Coins aber im Hintergrund und halt schöner und besser und toller natürlich, ja, und dann startete dann der Jörg Langer das irgendwann und ich dachte, oh nein, warum denn, warum Jörg Langer, nein, ich hätte das alles viel besser gemacht, aber dazu kam's natürlich nie, weil wir hatten halt immer, diese Programmieressourcen waren nicht da und dann hinten her fehlten auch noch die Grafiker und dann musstest du das selber in Photoshop machen, dann hattest du noch weniger Zeit und so weiter und das war dann einfach so diese Spirale, die sich fortgesetzt hat, du hast kein neues Geld gekriegt, du konntest die Seite nicht weiterentwickeln, eine Webseite, die stillsteht, ist irgendwann einfach auch tot, wir konnten nicht auf die ganzen neuen Entwicklungen reagieren, Videos konnten wir nicht produzieren, das war zu teuer, wir hatten dann hinterher auch überhaupt keine Manpower noch, zusätzlich irgendwelche Videos zu machen und so sind da ins Hintertreffen geraten, mussten anfangen, Seiten zu kollidieren und konsolidieren und dann sind wir ja dann irgendwann auch an dem Punkt, wo wir von IDG gekauft wurden und das kann man echt nicht oft genug und deutlich genug sagen, IDG hat uns den Arsch gerettet in dem Moment, als wir eigentlich pleite waren, das ist das, was passiert ist im März. Also das ist ganz wichtig, finde ich auch zu betonen, dass IDG euch nicht gekauft hat, um euch dann abzuschießen, sondern ihr wärt halt dann an der Stelle schon, wäre euch schon der Saft ausgegangen, also von daher war eigentlich nur die Verlängerung durch IDG möglich. Ganz genau, also wir wären im April 2012, wären wir sehr, sehr plötzlich verschwunden von der Bildfläche, vielleicht hätten wir das dann sozusagen, weil wir alle arbeitslos gewesen wären, aus Spaß hätten wir vielleicht noch Sachen auf die Seite gestellt oder so, aber mit Krawall wäre es in dem Moment dann vorbei gewesen. Das heißt und dann kam halt IDG, es gab so ein, zwei, drei andere Leute, die sich damals auch dafür interessiert haben, aber das war alles so in dem gleichen Bereich und IDG war dann, da wir es uns dann im Endeffekt mehr oder weniger aussuchen konnten, wir hatten ja dann auch alle Anteile an der Firma und du hatten da so ein Mitspracherecht und ich war dann sozusagen ja Teil des Inventars, also keiner hätte diese Seite gekauft, wenn ich nicht mitgekommen wäre. Das ist nämlich, glaube ich auch, das müssen wir auch nochmal betonen für die Leute, die sich immer fragen, warum kaufen, es wirkt ja immer so ein bisschen wie so ein Wettrüsten zwischen IDG und Computech in Deutschland, dass so Seiten wie Area Games oder diese Online-Welten, dass die alle aufgekauft werden und man fragt sich immer, ja, aber warum, weil irgendwie bleiben die ja dann doch so, wie sie sind, sind es nicht Konkurrenten im eigenen Haus, aber man kauft doch, korrigiere mich, also meine Vermutung ist, dass man sich damit einfach die Leute, das Talent, also quasi das Talent, wie man auf Englisch sagt, sich die Leute damit einkauft, oder? Ich behaupte mal, das ist ein Bonus. Also ich habe denen damals schon gesagt, hey, wenn es um mich geht, geht mir einfach die Hälfte von der Kone, die er für Krawall bezahlt und dann sind wir im Geschäft. Aber, wobei ich dann natürlich dazu sagen muss, ob ich das tatsächlich gemacht hätte, weil ich nicht bin, ja Idealist und ich hätte dann ja quasi dann damit alle anderen dann zum Tode verurteilt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die hatten, und was heißt, ich glaube, ich weiß, die hatte ganz sehr, sehr aufrichtige, hatte halt aufrichtig vor, Krawall zu übernehmen, auf seine eigenen Server zu stellen und sie weiter zu betreiben und auch sie zu updaten. Das ist, also ich war ja in diesem ganzen Prozess dann ja auch extrem, ganz vorne mit dabei. Bin auch damals extra, das war mir dann auch quasi persönlich wichtig, selber nach München gefahren, um diesen Kaufvertrag zu unterschreiben. Ganz kurz, du hast gesagt, ihr wart quasi in dem Moment pleite und ihr hattet nicht mehr die Möglichkeiten, eure Ideen umzusetzen. Aber war die Seite denn an sich noch funktional? Also hattet ihr noch die Besucherzahlen? Hattet ihr noch das Feedback und die Leute dazu? Also war das für IDG quasi noch lukrativ genug zu sagen, es lohnt sich, wenn wir da jetzt nochmal Geld reinstecken, weil wir die Klicks kriegen, weil wir die User kriegen, weil wir neue Usergruppen erschließen damit? Also ging es quasi nur im Hintergrund bergab und war es vorne noch okay? Also ich behaupte mal, die werden sich das schon gut überlegt haben, aber das ist natürlich eine Frage, die wahrscheinlich dann eher die Jungs, die uns gekauft haben, beantworten müssten. Für uns war das natürlich in dem Moment nur so ein, oh super, wir werden gekauft und auch noch von Leuten, die wir cool finden, das ist sehr gut. Weil wir hätten uns ja damals auch von, hätten wir uns ja von jedem kaufen lassen. Auch von Leuten, die wir nicht cool gefunden hätten. Und es gab auch so ein, zwei Leutchen, die ich jetzt nicht nenne, aber die sich darum beworben haben, Krawall zu kaufen, und das hätte ich nicht so cool gefunden, ehrlich gesagt, wenn die es geworden wären und war deswegen extrem froh. Ich kannte sehr viele schon, die jetzt auch so gerade jetzt bei GameStar und GamePro arbeiten, hatte da auch schon mit dem Heiko Klinger und seiner Frau Leute, mit denen ich befreundet war und so. Und da war ich, also ich persönlich war halt einfach extrem glücklich, dass es so gekommen ist. Und zum Beispiel der Verlagsleiter bei IDG, der André Horn, der dann auch die ganzen Verkaufsverhandlungen und sowas gemanagt hat und sowas, ist auch jemand, den ich lange kenne und das ist halt auch einfach ein extrem netter und fairer Typ. Und ich glaube oder vermute, dass ich es vielleicht auch einfach so ein bisschen dem zu verdanken habe, dass wir dann überhaupt attraktiv waren für IDG, weil der uns halt auch schon länger kannte und auch von unserer Arbeit, glaube ich, ein bisschen was gehalten hat. Jetzt kam aber trotzdem das aus. Trotz IDG-Kauf hat sich das alles dann ein bisschen komplizierter dargestellt, wie es wirkte, das noch am Leben zu erhalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab wahrscheinlich eine ganze Reihe von Problemen. Also erstmal ist es natürlich so, ich glaube, die haben das schon perspektivisch übernommen. Das heißt, sie wussten wahrscheinlich, okay, das ist jetzt keine megagroße Seite und so, aber daraus können wir was machen. Also dazu wollten sie das natürlich dann erstmal auf ihren eigenen Server umziehen und dann gab es dann auch schon so erste Gespräche mit mir darüber, was wir denn vielleicht noch in Zukunft machen und wo gehen wir das denn an und wo soll die Seite denn hin und so und dann scheiterte das tatsächlich schon an diesem ersten Schritt. Es war schon nicht möglich, die Seite einfach auf einen anderen Server umzuziehen, weil der Krawallcode, muss man dazu wissen, ist halt von Anfang an quasi im Inhouse selbst geschrieben worden. Das ganze Content-Management-System und so ist es nicht ein einziges Ding, ist eingekauft, sondern es ist alles seit 1998 quasi kontinuierlich weiterentwickelt worden. Oder halt auch nicht. Ja, genau. Und dann gibt es halt Teile von diesem Programmcode, die sind so alt wie, keine Ahnung, 2001, seit 2001 hat die keine Sau mehr angefasst, die sind undokumentiert, die liegen halt da rum. Dann gibt es welche, die sind ein bisschen neuer, die sind so aus unseren letzten größeren Aktionen, als wir dann K-Video-Games gestartet haben, 2006 rum und dann gibt es noch Sachen wie das Quiz, das ist noch relativ neu, so aus 2009 in der Ecke und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein ziemlich komplexes Ding und hier ist eine Datenbank und die interagiert mit dem und speist da Daten ein und hier und dort und das. Und es war nicht in den Griff zu kriegen, also zumindest nicht mit einem vertretbaren Aufwand, weil IDG natürlich jetzt auch nicht irgendwie seine gesamte Abteilung mit IT-Spezialisten irgendwie modellang nur mit Krawall beschäftigen konnte und die haben sich das zwar vorher angeschaut, aber ich glaube, dass, wie schrottig das teilweise war, das war für die nicht so vorhersehbar. Ja, so Zeug veraltet ja auch einfach, also was 98 top top funktioniert hat, heißt ja noch lange nicht, dass das mitwächst, von alleine sowieso nicht. Also das muss ja nicht schlecht gewesen sein, aber es ist halt einfach verwurschtelt, dann wie wir hier sagen. Ja, man muss halt auch überlegen, so ein Unternehmen wie IDG hat halt dann teilweise auch, die haben halt eine existierende Infrastruktur für solche Sachen wie Webseiten. Also die laufen vielleicht auf einer bestimmten Art von Server, die benutzen bestimmte Arten von Datenbanken und so und die fangen normalerweise nicht gerne an, jetzt da auf einmal irgendwelche Insellösungen zu implementieren. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, die jetzt aber auf einmal ganz andere Software benutzt und auf ganz anderen Systemen aufsetzt, dann wird eigentlich normalerweise versucht, das zu integrieren. Aber wenn dann das ganze Zeug eh schon so kompliziert und so alt ist, dann kommen auf einmal ganz viele Probleme auf und dann musst du natürlich dann die Frage stellen, ist es das wert, dass wir jetzt dafür anfangen, auf einmal hier nochmal als separate Software zu verwenden, mit der sich vielleicht keiner auskennt, die vielleicht auch, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht irgendwelchen Sicherheitsanforderungen nicht genügt, die man zusätzlich dann Lizenzen bezahlen muss und so weiter und so fort. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Sachen dran und dann hat man halt natürlich nicht gesagt, na klar, wir verbringen jetzt nochmal ein halbes Jahr nur mit der Integration von Krawall und schmeißen da nochmal richtig viel Geld. Oder eben ein Relaunch, was ja natürlich noch teurer geworden wäre, was wahrscheinlich die einzige gangbare Möglichkeit gewesen wäre, das vernünftig wieder aufzusetzen auf dem neuen System. Genau, also so ein kompletter Relaunch wäre natürlich nicht finanzierbar gewesen und vor allem auch wahrscheinlich, also finanzierbar für IDG auf jeden Fall, aber natürlich ökonomisch nicht vertretbar und dann, also wir haben mal darüber diskutiert, ob man das quasi auf existierenden CMS-Lösungen dann Relaunchen könnte, dass man das auf die gleiche technische Basis stellt, wie jetzt Online-Welten oder GameStar oder so, aber da bin ich ehrlich gesagt selber auch der Meinung gewesen, das bringt's nicht. die Seite hätte einfach viel von ihren bisherigen Funktionen dann vielleicht verloren oder sowas und die dann als ein normales in Anführungsstrichen Magazin einfach weiterlaufen zu lassen, da hab ich mir dann gedacht, nee, dann können wir die Artikel auch gleich bei der GameStar oder sonst wo veröffentlichen. Also da jetzt nochmal, der Krawall war für mich eigentlich immer was, was sehr auch von dieser Interaktion mit den Nutzern gelebt hat und wenn das weg gewesen wäre, finde ich, dann hätte sie schon sehr viel von ihrem Charakter eingebüßt und dann dafür diesen Aufwand zu betreiben auch noch, ja, um das dann nochmal als so einen normalen Satelliten dann da weiterzufahren, das weiß ich nicht. Also ich hab da keinen Sinn drin gesehen und jetzt auf IDG-Seite ist auch keiner aufgestanden und hat gesagt so, ja nein, das müssen wir machen. Kannst du uns mal so eine Vorstellung geben, wie solche Gespräche ablaufen? Also wenn jetzt IDG ankloppt, wir haben das ja mal als April-Scherz hier gemacht, dass wir gesagt haben, wir wurden von IDG gekauft. Auf was muss ich mich denn da vorbereiten, falls es mal, falls es wirklich passiert? Also wie berechnet sich denn sowas? Da sitzt dann jemand und sagt, so, hier ist eine Summe, ich möchte gerne deine Webseite kaufen. Also wie kann man sich das als Laie vorstellen? Wie läuft das ab? Also in dem Falle war es eher umgekehrt, dass ich jemandem gesagt habe, dass wir eigentlich händeringend nach jemandem suchen, der uns übernimmt und dann ist das, wie gesagt, irgendwann da zu dem André Horn vorgedrungen und der hat dann gesagt, so alles klar, dann unterhalten wir uns doch zumindest mal. Und danach ist es im Grunde genommen ein relativ profaner Prozess. Wenn du gerade natürlich, wenn du wie wir in einer Lage bist, wo du jetzt nicht viel sagen kannst, so nee, will ich nicht oder so, dann sagt natürlich derjenige, der am längeren Hebel sitzt, der sagt dann so, hey, ich will aber genau wissen, was ich da einkaufe und dann gibst du diesen Due Diligence Prozess, wo dann sich deine Buchführung angeschaut wird und wo die mal gucken, also werfen halt einen Blick auf deinen Programmcode und ob dann diese ganzen Angaben, die du gemacht hast, ob das auch alles stimmt und irgendwann sagt dann jemand so, alles klar, das ist so ungefähr der Preis, den wir bereit sind, dafür zu bezahlen. Also ich meine, die schauen sich den Umsatz natürlich an, den so eine Firma hat, die machen Hochrechnungen, was würde das die nächsten Jahre, was würde sich da lohnen, da zu investieren, aber so der Kaufpreis selber, das wird dann einfach quer gerechnet oder man sagt einfach, okay, man kauft das jetzt auf lange Sicht irgendwie und innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre muss ich das irgendwie rechnen oder wie gehen die da vor und spielen da die Anzahl der Besucher eine Rolle, spielen da die eingetragenen Mitglieder eine Rolle, sind das irgendwie Faktoren, die dann, die so ein, die das dann multiplizieren oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin ja nicht derjenige, der hier Firmen einkauft, von daher kann ich, aber ich meine, es ist relativ logisch, dass dann halt einfach alle Faktoren da zusammengerechnet werden, du wirst dir anschauen, was für eine Reichweite hat die Seite, wie viele registrierte Nutzer hat die, wie viele davon sind, kann ich jetzt zum Beispiel anschreiben mit irgendwelchen Werbemailings, was ist das für Personal, kann ich da irgendwelche guten Leute, die ich dann irgendwie mit einkaufe, kann ich dann deren Content vielleicht bei mir irgendwo anders verwenden und habe dann Synergieeffekte, du guckst drauf, ach Gottchen, was würde man sich denn noch sonst sagen, ist da irgendwelche Technologie, die die Seite entwickelt hat, die gut ist, ist da eine Content-Datenbank, die ich benutzen kann, Bild-Datenbanken, Produkt-Datenbanken und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, einfach man schaut, wird sich das Gesamtpaket angeschaut haben, aber wie die dann ausrechnen, was das am Ende wert ist, ich habe keinen Schimmer, ich bin Redakteur. Hattet ihr irgendwie Bedingungen, dass ihr nicht gehen dürft? Also war das, war das kriegsentscheidend oder hättest du in dem Moment auch sagen können, geil, ich habe jetzt hier irgendwie meine Anteile vom Verkauf und mache jetzt eine Weltreise? Nee, also ich hätte nicht gehen dürfen. Also das ist dann schon relevant, sowas, ja? Ja, ich denke, also natürlich vielleicht vom Know-how-Transfer. Ich glaube nicht in jedem Fall, aber ich meine, ich habe natürlich über die Zeit einfach stand ich bei Krawall immer so weit im Vordergrund, und das ist natürlich total idiotisch gewesen. Ich war ja auch jetzt am Schluss mit Nils, wir waren ja sozusagen die letzten beiden Frontfiguren von Krawall und Nils konnten sie nicht mit übernehmen, weil die haben natürlich schon eine gut besetzte Redaktion, ja? Das heißt, sie brauchten jetzt nicht noch einen zusätzlichen Redakteur und dann, wenn sie beide die letzten Gesichter von diesem Magazin rausgeschmissen hätten, wir wissen ja beide, wie das Spielemagazine auch über die Figuren funktionieren, die sie betreiben. Die Leute kennen dich nach einer Weile, die wissen einzuschätzen, wie sie deine Beurteilung zu lesen haben oder was für einen Standpunkt du vertrittst und ob sie deine Meinung überhaupt interessiert, ja? Und dann so jemanden da vorne wegzunehmen, das wäre natürlich gerade bei einem relativ kleinen Team wie Krawall wäre das ja ziemlich idiotisch gewesen. Also das war schon sehr verständlich. Wie überraschend kam das jetzt für dich, das Aus? Überraschend kam es für mich überhaupt nicht, ich wusste das natürlich Wochen vorher. Ja klar, also hast du gespürt, dass das nicht mehr lange dauern kann oder? Also ich meine jetzt nicht von dem Tag, wo die Pressemitteilung rausging, wie viel vorher du das wusstest, sondern hat sich das seit dem Verkauf von IDG, das klingt ja erstmal sehr positiv, was da passiert ist. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon die ersten Monate und so habe ich immer gedacht, so jawohl, cool, jetzt geht's los. Aber als das mit der Technik dann so schwierig war und das sich dann so ewig hingezogen hat und dann langsam klar wurde, dass das halt einfach einen riesen Aufwand bedeutet, dann war für mich schon relativ klar, dass ich mir gedacht habe, also es wäre schon nett, wenn sie da nochmal so viel Kohle reinstecken, aber ich würde es nicht machen, wenn ich die wäre. Und im Grunde genommen, aber es war nicht so ein, du wachst ja nicht eines Morgens auf und denkst dann so, oh shit. Sondern, wie gesagt, also ich bin ja auch da immer informiert worden und auch immer gefragt worden und so, es ist nicht so, dass da jetzt dann auch irgendwo im Hintergrund dann einmal so eine Entscheidung trifft, sondern das wurde ja alles mit mir, deswegen habe ich ja auch immer gesagt, wenn auch in den Krawallen vorne und so, dadurch, dass ich jetzt so lange quasi da vorne dran gestanden habe, wenn irgendjemand zu kritisieren ist, dann bin ich das. Ich habe diese Entscheidung ja alle mit, zumindest alle mitgetragen und größtenteils auch mitgetroffen. Also da, auch da kann man eigentlich echt keinen Vorwurf daraus machen. Ist das in euren Foren gerade der Fall, oder? Also es gibt in den Foren sehr viel Kritik, insbesondere dadurch, dass wir jetzt eine Regel angewandt haben, die wir die ganze Zeit zwar in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen drin hatten, nämlich dass Coins, die älter als drei Jahre sind, verfallen können, aber das haben wir die ganzen Jahre über nicht getan. Das heißt, die Kulanz wird euch jetzt angeschwärzt, ist ja typisch. Ja, also was uns natürlich angeschwärzt wird, ist, dass wir diese Regel jetzt so kurz vor Schließung der Seite angewandt haben und sie auch noch ohne Vorwarnung angewandt haben. Letzteres ist tatsächlich nicht fair gewesen, aber war jetzt, sage ich mal, unter den gegebenen Umständen einfach nicht anders machbar. Das ist aber so der Punkt, wo ich dann jetzt wieder da sitze und sage so, weiß jetzt auch nicht, also wenn ich das jetzt irgendwo mich hier zu viel erzähle und ich dann hinterher höre, so, also bitte, darüber reden Sie mal nicht. Aber wie gesagt, es gab sehr gute Gründe, dass das so gemacht wurde und auch das waren eigentlich sehr faire Gründe und man muss auch da wieder sagen, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, das war die ganze Zeit schon möglich, es wurde halt nie gemacht und jetzt werden, aber jetzt hat man diese tatsächlich existierende Regel halt angewandt, aber alle Coins, die noch übrig sind danach, die jetzt also in den letzten drei Jahren verdient wurden, die bleiben erhalten und die Seite bleibt extra bis zum 25.10. online, damit alle noch eine Chance haben, diese Coins einzulösen und das wird auch alles bedient. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich im April 2012 gesagt hätten, ja tschüss, das war's und tja, das mit den Coins tut uns echt leid, ist das auch der Fall. Weil es wäre viel schlimmer gewesen, es wären einfach alle weg gewesen, da hätte es gar nichts gegeben. Reizt dich das, du warst jetzt ja quasi da immer die Leitfigur, du hast es ja schon auch mit aufgebaut zu dem, was es jetzt dann am Ende war, du wechselst jetzt in die Redaktion, habe ich das richtig verstanden, von GameStar GamePro? Ja, genau. Wird ja schon ein bisschen anders, oder? So als Redaktionsmitglied und nicht mehr so dein eigenes Baby irgendwie zu haben, wie fühlt sich das jetzt für an für dich? Weil jetzt ist es ja wirklich, der Stecker ist ja wirklich gezogen jetzt so. Naja, noch ist es ja online, aber ja, das kann ich doch gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das ist noch, ehrlich gesagt, das ist noch zu frisch. Ich glaube, also was diese Eigenverantwortung angeht, wird sich gar nicht so wahnsinnig viel ändern, weil zum Beispiel auch bei Kramall war es ja so, da kommt halt so jetzt zum Beispiel, nimm mal ein Testmuster von GTA 5 kommt rein oder sowas und da könntest du jetzt natürlich sagen, ja, das ist super, als wäre vielleicht, du kannst jetzt sagen, ich mache das oder du machst das oder so, aber im Endeffekt war es eigentlich meistens dann schon so, gerade weil wir so wenig Leute hatten, okay, du kannst das besser, ich kann das besser, also mache ich das. Ja, das heißt, du hattest da auch, diese Entscheidungsfreiheit war da auch nicht so groß und wenn es dann darum ging, neue Ideen zu entwickeln oder wenn es darum geht, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal den Artikel oder wir schreiben jetzt mal darüber oder wir suchen uns mal ein ganz anderes Thema aus, da sind bei IDG ehrlich gesagt echt alle Türen offen. Ist ganz komisch, ich habe jetzt neulich, ich war jetzt am, ich glaube, ja gestern, weil ich zum ersten Mal seit der Schließung auf einem Presse-Event und dann ganz viele Kollegen, die auch gesagt haben und so und hier oder auch Leser, die geschrieben haben, ich hoffe, IDG redet hier jetzt nicht so rein wie du zu schreiben hast und sowas, wo ich denke, nee, ganz im Gegenteil, also ist es eher so, dass IDG da steht und sagt so, hey, das, was wir an dir immer cool fanden, dass du halt auch mal neue Ideen und so hattest, also mach mal, hab mal neue Ideen und dann sitzt du da so, hey, heute nicht, kann ich nicht einfach was Normales machen. Also das wird da schon, das wird da extrem unterstützt, muss ich sagen. es hat jetzt ja so quasi, es ist jetzt kein Blog gewesen, aber wie siehst du so diese deutsche Spiele, Journalismus, Blog, Landschaft, ihr hattet ja auch den, diesen Handschlag gegeben an den Christian-Schmidt-Artikel, Der warme Händedruck. Der warme Händedruck, genau. Wie siehst du da so die, die, die aktuelle Lage? Ich meine, immer mehr Seiten, wie eure jetzt werden aufgekauft, es werden auch immer mehr geschlossen, Printmagazine sterben aus, wie, wie ist da so dein, dein Eindruck momentan? Also erstmal gab es keine Seite wie unsere, also konnten da auch nicht mehr gekauft werden. Und ansonsten, also das da, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, es sind über die Jahre, wurden immer mal wieder Magazine aufgekauft, es sind immer mal wieder auch einfach Magazine aufgekommen und dann wieder pleite gegangen. Man sieht ja jetzt auch, Superlevel ist ja auch noch relativ neu, ist ja nicht so, dass da nicht neue Sachen entstehen und zumindest dem Eindruck nach, zumindest auch so ein, also zumindest ein Achtungserfolg, ich kenne eure Zahlen jetzt nicht, aber zumindest anscheinend ganz gut funktionieren. Und ich habe da nie so, ich finde in der, also für mich als, als wenn ich das aus so einer Leserperspektive betrachte, was mich interessiert, dann würde ich über die allermeisten drüber gehen und sagen, ne, 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 interessiert mich nicht. Also, ich lese dann teilweise dann eher Englischsprachige, ich habe tatsächlich früher, bei so Krawallzeiten, habe ich mir die Gamestar angeschaut, weil die ab und zu coole Sachen gemacht haben und ich habe auf Vorplayers geschaut, weil die selten richtig coole und öfters häufiger provokante Sachen gemacht haben. Ja. Das waren die, die mich tatsächlich interessiert haben. Also einfach so als Gesamtkunstwerk und dann ploppt halt hier und da immer mal was auf. Dann denkst du dir so, oh, das ist ein guter Artikel. Ja. Auf Gamona zum Beispiel, das ist so eine Seite, nein, 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 aber dann auf einmal, dann schreibt der Sebastian Thor da seine Bioware-Historie und hat auf einmal coole Interviews dazwischen und sowas und du denkst dir so, oh, das ist gut. Ja. Oder du liest was bei Games, wenn du denkst dir so, das ist eine gute Idee, aber der Artikel ist nicht so super, also klaue ich die Idee sofort. Und mach es richtig. Und so weiter und so fort. Also da, aber die haben alle schon so ihre, ihre Tage, wo du so denkst, oh ja, nee, doch, es macht schon eine gute Arbeit. Ich bin eigentlich nicht einer von diesen, oh, das ist alles so scheiße, Pessimisten. Ich finde halt, nur weil die Leute, weil, weil andere Leute was anderes machen, ist es bescheuert, sich hinzustellen, zu sagen, das ist automatisch scheiße. Mir kommt es auch immer so oft so vor, dass dieser hochgelobte, hochgelobte englische, britische, amerikanische Spiele, Journalismus, das sind ja auch nur die Perlen, über die wir reden. Dieser ganze Schrott, den wir hier haben, den gibt es dort genauso. Aber der kommt halt nicht zu uns rüber, habe ich so das Gefühl, durch die Filterbubble. Keiner von uns surft doch irgendwelche No-Name-englischsprachigen Blogs ab, die es auch wie Sand am Meer gibt, die scheiße schreiben, die keine Grammatik haben. Das gibt es auch da genauso. Aber natürlich kommt so etwas wie Rock, Paper, Shotgun, hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert und wird natürlich dann auch tausendmal öfter verlinkt und schwappt dann zu uns auch besser rüber. Und so viel Geld, wie jetzt zum Beispiel Polygon in die Hand genommen hat, die Vox Media-Leute, da kannst du wahrscheinlich komplett IDG, Computech und Superlevel von kaufen, von dem Geld, was die im Monat ausgeben. Ja, wer weiß, aber auch da, und wenn du natürlich erstmal so dieses gewisse Renommee hast, dann läuft das natürlich teilweise auch von alleine. Also, weißt du, so wie die Edge früher war, die konnten ja auch den größten Scheißartikel rausbringen, aber weil er halt in der Edge stand, haben alle gesagt so, ja, ist vielleicht nicht der Beste, aber Entschuldigung, ist immer noch besser als der ganze Quatsch, der hier produziert wird oder sowas. Oder ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt jeden, also bei Polygon, waren nicht Polygon auch diejenigen, die irgendwie bei The Last of Us vier von zehn gegeben haben und dann diesen Testbericht hatten, der sich total auf diese, aber die Gewalt war so scheiße, eingeschossen haben, wo ganz viele Leute auch sagen würden, also ich weiß ja nicht, ob man sich jetzt auf diesen Aspekt so da konzentrieren sollte, ha, 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 aber weil sie halt sonst dann immer wieder so viele coole Artikel raushauen, dann sitzt man da und denkt sich so, ah, das sind ja alles Künstler, die dürfen das. Ja, gerade die Edge ist ja so ein Paradebeispiel, genau. Können Sie dir vorstellen, also, klar kannst du es jetzt nicht vorstellen, aber reizt es sich irgendwann vielleicht auch mal wieder so ein eigenes Ding zu machen? Das ist jetzt eine blöde Frage, jetzt wo du frisch anfängst. Ach Gottchen, ich sehe das gar nicht mal so, also du kannst ein Praktikum bei Superlevel machen, soll ich dir von Fabo ausrichten. Oh, das klingt ja fantastisch. Finde ich ja fantastisch. Ich bin mir auch sicher, der ist ganz hervorragend im Umgang mit Praktikanten, hat sich ja da schon quasi empfohlen. Ich habe gar nicht so das Gefühl, als ob jetzt die GameStar oder die GamePro oder wo auch immer dann meine Artikel erscheinen, als ob das nicht mein Baby wäre, nur weil ich jetzt nicht mehr diese ganz herausgehobene Position habe, ehrlich gesagt. Also für mich ist das so ein bisschen, was mir noch fehlt, ist noch der Kontakt zu der Community, weil ich eigentlich, ja, damit bin ich jetzt aufgewachsen und ich habe immer, 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 immer mich bemüht, mit den Leuten zu reden und ich kannte so hinterher meine, meine Hoshis sozusagen, ja, und es fehlt mir noch so ein bisschen. Ich rede schon auch natürlich jetzt mit den Leuten auf GameStar und so, aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt so viele Leute kenne oder dass, dass ich noch so richtig gut drauf reagieren kann, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie die ticken. Ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen. Das ist halt noch nicht so meine Community und du merkst auch halt auch umgekehrt, ich bin halt noch fremd und dann, was will der denn? Und äh. Ähm, aber ich, das, das kommt ja mit der Zeit dann. Und ansonsten, ehrlich gesagt, dadurch, dass du da nicht so, ich, das ist, man darf sich das echt nicht so vorstellen, dass das jetzt so ein riesiger Konzern oder so wäre, die GameStar, GamePro, sonst was, Redaktionen. Klar ist das mehr als bei Krawall gearbeitet haben und sonst weil das, was Spiele-Redaktionen angeht, wahrscheinlich immer noch eine der größten, aber es sind halt jetzt auch nicht tausend Leute oder so, mit denen man arbeitet. Ist ja auch immer ein bisschen Schwund und, äh, Wanderung, ja. Ja. Und ist jetzt ja ziemlich zusammengewachsen eigentlich, oder, die beiden Redaktionen? Äh, kommt drauf an, wie man das versteht, also die sind ja, beide Magazine haben ihre eigene Redaktion. Es gibt halt viele Überschneidungen durch die Multiplattform-Titel. Ja, dass man natürlich jetzt nicht einen Titel doppelt und dreifach lässt, wobei sich das, glaube ich, dafür stecke ich da zu wenig in diesem Betrieb drin noch, ich glaube, dass sich das trotzdem immer noch einer von dem zuständigen Magazin immer auch nochmal zusätzlich anschaut. Die übernehmen dann natürlich sicherlich den Fließtext und dann wird halt nochmal nur ein Meinungskasten draus gemacht, damit du nicht zwei Redakteure nochmal das Gleiche erzählen lässt. Aber... Möchtest du umziehen dafür? Nee, ich bin ja schon umgezogen im August letzten Jahres. Ah, okay. Na gut. Dann passt das ja. Ja. Schön. Hast du noch was, was du denkst, was ich... Welche Frage habe ich vergessen, sagen die bei Radio Fritz immer? Was mich total fasziniert, in Anführungsstrichen, ist, es sind eigentlich zwei Sachen und zwar erstens, ich habe die ganze Zeit schon gewusst, dass der Tag kommt, wo wir sagen, okay, das war's. Also, jetzt nicht die ganze Zeit, aber jetzt sage ich mal die letzten Wochen. Und ich habe die letzten Wochen da gesessen und so ein bisschen darüber nachgedacht, was schreibst du denn da? Und immer gedacht so, oh ey, du am Schluss, dann machst du diesen besten Abschiedsartikel aller Zeiten und habe es vor mir her geschoben, habe es vor mir her geschoben, habe es vor mir her geschoben und dann war das Datum da. Das Datum wurde dann relativ kurzfristig auch festgesetzt und dann saß ich da und dachte so, oh fuck, jetzt ist es wirklich so weit. Ey, was sage ich denn? Und dann habe ich da gesessen und hatte so drei, vier verschiedene Sachen, die ich angefangen habe und immer gesagt habe, nee, ah, nee. Und dann habe ich am Schluss gedacht, oh scheiße, ey, also ich wollte so viel nette Sachen sagen oder so nochmal in Nostalgie alles Revue passieren lassen oder mich bei meinen Lesern so gerne bedanken, aber das ist dann alles so schwülzig und ich dachte immer so, ey, das ist aber überhaupt nicht krawallmäßig und dann wurde es am Schluss irgendwie sehr kurz und knapp und auch jetzt nicht so das journalistische Meisterwerk oder so. Das war einfach so, ja okay, so machen wir jetzt Schluss. Das war es. Einfach mal hier sagen, vielen Dank für alles und wenn es irgendjemand gibt, der schuld war, weiß ich nicht das und ja, tut mir echt leid, Jungs, aber wir müssen zumachen. Und das war es eigentlich. Das war sehr, sehr, sehr profan, aber dann doch irgendwie meinem Gemütszustand sehr angemessen. Und das zweite ist dann, das zweite große Darum ist dann halt der 25.10., wenn die Seite tatsächlich vom Netz geht und das ist ganz witzig, weil ich vor ein paar Jahren mit einem MMO-Entwickler von einem dieser frühen MMOs drüber gesprochen habe, dass sein Baby dann abgeschaltet wird von einem dieser Star Wars Galaxy-Entwickler und so früh war es also auch gar nicht, aber egal. Und der meinte, ja, das ist echt komisch, dass das dann einfach weg ist. Du hast dann vielleicht noch eine Box im Schrank, aber es geht nicht. Und jetzt kommt dieses Datum und jetzt bin ich in der gleichen Position, nur noch schlimmer. Ich habe nicht mal eine Box im Schrank. Das ist das Problem an virtuellen Sachen. Und das ist schon sehr eigenartig, wenn du mal überlegst. Das sind zehn Jahre Arbeit, zehn Jahre meines Lebens, in denen ich viel, 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 viel Zeit und vielleicht auch viel zu viel Zeit in diese Webseite gesteckt habe. Und alles, was ich da so gesagt und geschrieben und getan habe, ist dann auf einmal weg. Die Spiele-Veteranen, die greifen hinter sich, holen ein altes Magazin raus und blättern da drin rum und können damit wieder neuen Content schaffen. Ja. Und können damit wieder Podcasts füllen. Und was machst du? Du musst dir irgendwie die Webseite archivieren, um in alten Krawallartikeln zu blättern. Ganz genau. Und von wegen, ich habe neulich auch, ich war auf so einer Konferenz und hat auch einer gesagt so, von wegen, wir hören immer die ganze Zeit, das Netz vergisst nicht und man muss aufpassen, was man mit seinen Daten macht. Aber ich empfinde das zurzeit auch gerade bei solchen Beispielen, jetzt wie du sie bringst, oft ist es ja genau das Gegenteil, dass unsere Daten liegen irgendwo in der Cloud und die Webseite hier. Ich habe auch meine ganzen ersten Projekte und Artikel nicht mehr, weil es die Webseiten dazu nicht mehr gibt. Also wenn man selber sich nicht ständig um seine Backups kümmert und Sachen auch immer noch, die rein online funktionieren und sind, irgendwo lokal hinlegt, dann ist das Zeug kratzfatz auch wieder weg. Ja, ist in der Tat richtig. Und vor allem, also klar, du führst in irgendeine Webarchive, findest du ja jetzt tatsächlich noch Sachen, die so grob und bruchstückhaft zum Beispiel auch die alten Krawalldesigns nochmal wiedergeben und so, aber das ist natürlich nicht mehr die Webseite. Die ist nicht mehr funktionabel, die sieht scheiße aus, weil da Elemente fehlen, die nicht gespeichert werden konnten und so weiter. Gut, seht ihr nie aus, die Seite. Also bitte, so wie wir jetzt aussehen, ist fantastisch. Diese Zweispaltigkeit, die macht mich wahnsinnig beim Lesen. Ich finde das immer noch sehr angenehm, aber das ist natürlich so eine Gewöhnungsfrage, wenn du es so lange machst, ey, also keine Ahnung, äh, ne, nein, mein Baby ist hübsch, halt's mal. Jetzt hat Gameswelt gar keine Konkurrenz mehr, was die Optik angeht. Also ich weiß gar nicht, ist unter der Werbung irgendwo eine Webseite? Das ist eine gute Frage. Ja, 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 ja. Schöne Grüße an Vitos. Genau, wenn man die findet, gibt's 50 Coins, genau. Ja, genau, die schnell einzulösen sind dann, ja. Ne, aber das ist schon echt so ein merkwürdiges Gefühl, zu wissen, dass es dann irgendwann schnapp macht und dann ist das weg und naja, gut, ich könnte es irgendwo archivieren und so, aber selbst das, mein Gott, ey, jeden Morgen immer Krawall.de oder Krawall.de Admin oder sonst irgendwas aufgerufen und so, ja. Jeder meiner Browser der letzten zehn Jahre hatte das direkt so auf Schnellzugriff und morgens ist der erste Blick dann erstmal so, okay, wie sieht's denn aus, was sind denn die Zahlen, ist das gut gelaufen, was haben die Leute geschrieben, gibt's da News-Kommentare, gibt's da Artikel-Kommentare und so weiter, gibt's E-Mails, die man beantwortet und so. Und deine Arbeitsweise wird sich nicht so ändern, es ändert sich halt die Seite, das System und ich glaube, du wirst recht glücklich mit einem neuen Content-Management-System, oder? Das klang jetzt ja nicht so prickelnd. Also, unser Content-Management-System mag ja schäbig programmiert sein oder zusammengestückelt sein, aber das System selber ist so intuitiv und cool gewesen. Ich glaube, dass das, meine Einführung steht mir noch bevor, hab mich da auch immer Tunis drum gedrückt natürlich, aber ich glaub, dass CMS, dass die GameStop-Windows ist ja so ein eingekauftes und dann selber nochmal wahrscheinlich erweitertes und dass es garantiert extrem mächtig und extrem umfangreich, aber ich glaub, das ist auch extrem kompliziert und die ersten paar Wochen werd ich kotzen und denken, oh, mein kleines CMS, das war so viel besser. So wie's ja immer ist. Du sitzt erst mal da und wenn du dann mal begriffen hast, wie's funktioniert, dann findest du, ist es super, aber wenn du es lernen musst, weißt du, so wie mit Sprachen lernen oder sowas, wenn du am Anfang denkst, hey, Französisch ist die schlimmste Scheißsprache der Welt, aber wenn du irgendwann mal Französisch sprichst, denkst du so, oh, uhlala. Was passiert denn mit den ganzen Usern? Kriegen die irgendwie neue Accounts? Also die Seite wird ja wirklich komplett abgeschaltet, das heißt, Kommentare und so weiter werden ja nirgends migriert oder irgendwas oder werden die Artikel irgendwo hinwandern, wird es ein Archiv geben, irgendwas, weißt du da schon was? Also nicht, dass ich wüsste. Also soweit ich weiß, wird's alles erstmal puff und dann wird es weg sein. Ich mein, das wird natürlich irgendwo lokal archiviert, ist nicht so, dass sie das jetzt wegschmeißen oder komplett löschen würden, aber das wird vom Netz genommen, so ist zumindest jetzt der Stand der Dinge. Der Name war immer super, fand ich, Krawall. Ja, das ist ja, wieder Hendrik und Jens, die damals gesagt haben, ey, wenn wir das machen, dann machen wir nicht auch so eine Scheißseite mit Games irgendwas im Namen. Ich glaub, der Hendrik Mann ist der dunkle Fadenzieher im Hintergrund, das weißt du nur nicht. Der lenkt es die ganze Zeit schon im Hintergrund und lacht sich ins Häuschen und spielt Marionetten mit euch. Der Pietitlose sagt, das war auch einer der Ersten, der gefragt hat, ist die Domain zu kaufen? Sind mir die Liebsten. Tut mir echt leid für dich, kann ich das haben? Gut, ja schade, aber dann danke auf jeden Fall im Namen eurer User, sag ich jetzt mal so, für die Zeit, die Krawall online war und die Spiele-Szene bereichert hat und es wird ja nicht langweilig. Wir werden ja weiterhin von dir hören. Du gehst ja jetzt nicht gerade zu einem kleinen Magazin. Die werden schon irgendwas Nettes für dich finden. Wahrscheinlich stecken sie dich in so eine Let's Play-Kammer und dann musst du die nächsten fünf Jahre Let's Play-Videos machen. Wahrscheinlich oder ins eigenes Büro und sie sagen, mach sowas wie Superlevel, nur besser. Genau, der Indie-Experte. Die sind da was auf der Spur. Wir haben hier die letzten 2500 Ludum Dare-Titel für dich. Genau. Morgen früh will ich wissen, welcher der Beste ist und ich will ein zehnseitiges Review. Das machen wir ja schon. Aber vielleicht lassen sie dich jeden Tag, jeden Morgen podcasten oder so. Das wäre aber extrem angenehm, ey, wenn ich, mein Gott, wenn ich dafür bezahlt werden könnte, dass ich jeden Tag irgendwie, gerne auch fünf Podcasts mache, sofort. Könnte, das ist ja fantastisch. Und bitte dann aber auch, dann hätte ich gerne eine Couch im Büro oder ich mache so ein bisschen. Schreibst du nicht gerne? Du bekommst mir eher vor wie der Schreiberling. Aber wie locker wäre das? Einfach nur den ganzen Tag mit Leuten zu chatten oder so. Und schreiben gerne ist ja so eine Sache. Schreiben ist ja häufig schon so ein sehr anstrengender und manchmal sogar quälender Prozess. Schön ist es ja dann, wenn es fertig ist oder wenn es mal läuft. Es gibt so Artikel, finde ich, wenn es mal, dann bist du so drin in dem Fluss und dann fügt es sich so alles zusammen. Das finde ich immer sehr cool. Aber es gibt auch manchmal so Sachen, da fällt dir nichts ein, aber es muss ja ein Text dabei rauskommen und dann ist es echt sehr, sehr anstrengend. Und was ich total super finde, ist, wenn man Reportagen oder irgendwelche größeren Themen behandelt und am Anfang denkt man so, boah, es ist so ein Berg und ich weiß nicht, aber ich glaube, die Idee ist ganz cool und dann sammelst du und sammelst du und sammelst du und am Schluss hast du deine ganzen Puzzlestücke zusammen und auf einmal siehst du das ganze Bild und denkst dir so, ah, okay, das ist die Story und so funktioniert es und der sagt das und der sagt das und der sagt das und das passt alles zusammen und es ist häufig ein ganz anderes Ergebnis als deine Annahme, mit der du da reingegangen bist. Das ist so was, das ist sehr cool, finde ich immer. Das sind so die coolen Momente im Journalistenleben und dann gibt es halt so diese... Aber ganz kurz an der Stelle, das hört man oft, aber hat Online-Journalismus das Geld dafür? Ist ja immer die große Frage für Recherche und sich die Zeit zu nehmen, sowas wirken zu lassen. Ich behaupte ja, also wir haben es mit Krawall hingekriegt und wir hatten gar kein Geld. Also ich würde sagen, wenn man das nicht macht, dann scheitert es am Willen. Also klar, wenn du natürlich Online-Journalismus oder grundsätzlich in der Arbeit unserer Branche als 9-to-5-Jourf begreifst, dass halt, also zumindest aus meiner bisherigen Krawallwarte, ist das, die natürlich extrem verzerrt ist. Kleines Unternehmen, kein Geld, ganz wenig Mitarbeiter und sowas. Bei uns ist halt keine Sau auf die Idee gekommen, zu sagen so, ja, jetzt ist das Spiel reingekommen, aber es ist blöd, es ist Freitagnachmittag. Das schaffe ich jetzt aber nicht mehr bis nächsten Donnerstag oder so vielleicht. Aber von daher, klar, aber nee, 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 natürlich geht es, natürlich geht es. Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, so ultraschwierig ist es auch gar nicht. Nee, es ist halt eine Zeitfrage einfach, ja. Es ist ja, es ist aber nicht mal nur eine Zeitfrage, ich glaube, das ist so eine Mentalitätsfrage. Das ist ehrlich gesagt, also wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, wie siehst du diese Landschaft aus Magazinen und sowas, das ist ein großer Vorteil von so großen Verlagen wie IDG mit ihren ganzen Strukturen, wo extrem viel an Qualitätskontrolle da ist und wo auf solche Sachen auch noch gepocht wird, ja, weil die Jungs ja da noch auf irgendwelche Journalistenakademien geschickt wurden und das ist umgekehrt was, was ich, wenn ich eins hätte, was ich gerne, immer gerne bemängelt habe an den Kollegen, die aus diesem Online-Background kommen, so wie ich, die Ungelernten, in Anführungsstrichen, ist das da häufig so von, ich hatte, habe immer so von dieser Mentalität, das habe ich immer vermisst, dass man da sitzt und eine Verantwortungsbewusstsein hat, also auch bei Tests zum Beispiel, der PR-Manager versucht dich ja gerne mal so ein bisschen ins Gewissen zu labern, indem er sagt, ja, denk dran, da hängen auch Jobs dran und da darfst du natürlich dann nicht drauf hören, so wie er es meint, so, oh, gib ihm keine schlechte Wertung, sonst verlieren die ihren Job, aber umgekehrt, wird sehr wohl ein Schuh draus, du hast eine Verantwortung, du gehst raus und mit deiner Kritik entscheidest du zu einem gewissen Grad über Wohl und Wehe von den Leuten, die an dem Produkt gearbeitet haben und sei es nur, weil ihnen eine Ader platzt, sobald sie deinen Test lesen, ja, und das finde ich, muss man ernst nehmen und das gilt auch für, das gilt für Interviews, das gilt für Reports, das gilt für alles, du musst schon darauf achten, dass das, was du machst, dass du das ordentlich machst, weil du, weil du halt auch, sag ich mal, mit den Werken anderer Leute hantierst, in diesem Falle bei uns zumindest. Ja, und mit dem Geld anderer Leute natürlich auch im Umkehrschluss. Genau, ja, und ja, und selbst, selbst wenn es, wenn es irgendwie eine Mega-Super-Corp ist, wo du mal, wo, wo man normalerweise sagen würde, ja, mein Gott, die haben genug Geld und sowas, aber ich finde, das sollte man schon, man muss sich schon, also, dieser Anspruch an dich selber muss da sein und einer der Gründe dafür ist, dass du eine Verantwortung dafür hast, dass du eben damit vernünftig umgehst, dass du da Sachen in die Welt stellst, die dir dann die Leute, hoffentlich alle glauben, weil du ein vertrauenswürdiger Mensch bist und das alles vernünftig verargumentiert hast und so weiter und so fort und du hast ja auch eine Verantwortung dem Leser gegenüber, wenn er dir denn glaubt, ja, dass dein Review wirklich Hand und Fuß hat, dass du dir wirklich Mühe gegeben hast, dass du wirklich nachgefragt hast und angeschaut hast und ausprobiert hast, ja, natürlich immer im Rahmen deiner Möglichkeiten, ja, man kann nicht sagen, was, sie haben WoW nicht durchgespielt vor ihrem Test, aber ich weiß nicht mal genau, wie durchgespielt aussehen soll in dem Fall, ja, aber das kann ich nicht ernst nehmen, wenn sie nicht durchgespielt haben, gehe ich, ja, aber ich finde schon und ich habe halt das Gefühl gehabt, früher mehr als heute, aber auch heute immer noch mal wieder, dass bei vielen ist es halt so ein, ach ja, es ist ja halt, mein Gott, so ist es halt, da wird halt so dieses, ähm, äh, dieser, 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 dieser Produktionsrhythmus, der im Online-Journalismus bei manchen so bestimmend ist, so dieses Aktualität, 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 das wird so als Entschuldigung für alles dann herangezogen, so ist es halt, weißt du, ach, hatte ich halt nur drei Stunden damit oder so und, ähm, das finde ich schon, das kann man, kann man schon mal ankreiden oder mal sagen, da muss es mehr, mehr Leute geben, die halt sagen, auch für sich einfach mehr wollen und jetzt egal, ob deine Firma oder sonst was, aber dass du selber da sitzt und sagst so, nee, also wenn ich sowas online stellen soll und mein Name steht drunter, bin ich nicht mit einverstanden. Ja, ich glaube, die haben einen ganz guten Mann erwischt hier, mit dir. Das wird sich rausstellen. Gut, äh, dann hoffe ich mal, dass wir in Zukunft, ähm, äh, öfter podcasten, äh, wenn du da jetzt wieder weiterhin in der Branche bleibst, würde mich sehr freuen. Ähm, dann danke ich dir natürlich für den Besuch, wir können natürlich noch ein bisschen in den Kommentaren auch diskutieren, äh, also wenn, äh, wenn die Hörer noch irgendwelche Fragen haben, äh, gerne einfach in die Kommentare stellen, du wirst vielleicht auch ab und zu mal drüber gucken. Ich hab noch gar keinen Account. Bitte? Brauch ich erst mal einen Account. Du brauchst doch keinen Account bei uns. Brauch ich nicht? Ach, ich kann da als Gast quasi einfach so reinposten. Du kannst ganz normal posten bei uns mit deiner E-Mail. Und registrieren? Ja. Ist ja fantastisch. Wenn ich gleich, da muss man ja mal gleich 15 Spam-Boards drauf ansetzen, um, äh, meine neue Schuhkollektion dort anzupreisen. Oder günstige Klamotten aus China hier. Ich hab noch ein, zwei Userfragen fällt mir gerade auf. Ich hab auf Twitter mal gefragt. Ja. Ähm, 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 gibt es rückblickend etwas, was du bereuen würdest? Steht hier. Von Florian. Oh, das ist gar keine schlechte Frage, aber, boah, hättest du dir am Anfang gestellt und ich hätte die ganze Zeit drüber nachdenken können. Irgendwas, das ich bereue. Fuh, 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 boah, da gibt es garantiert so vieles, aber jetzt müsste man natürlich jetzt so was Prominentes oder Griffiges finden. Was bereue ich denn so richtig? Hoah. Also bereuen wahrscheinlich natürlich auch so im Sinne von, oh, das würde ich heute anders machen und nicht, oh, das tut mir leid, dass das so gekommen ist, ne? Garantiert die eine oder andere Wertung, die mir jetzt nicht sofort ad hoc einfallen würde, aber es ist nicht die Gothic 4 Wertung. Ich stehe jetzt in dieser Gothic 4 Wertung nach wie vor, aber ich habe es auch seitdem nicht mehr gespielt, vielleicht würde sich das dann ändern, aber ich bin immer noch der Meinung, dass damals die 80 Prozent waren okay. Ja, das war halt nicht das Spiel, das auf dem Gothic hätte auch nur kleingedruckt draufstehen dürfen oder sollen, aber das hat ja mit der Wertung ja nichts zu tun. Aber ha, ich habe mich doch garantiert mal irgendwo so richtig vergriffen. Wir haben sogar ein Special dazu gemacht, ehrlich gesagt, wo wir uns gegenseitig dann aber die Eier in den Korb gelegt haben und gesagt haben, da hast du es verkackt und da hast du es verkackt. Ach, Mensch ey. Na gut, wenn es dir einfällt, kannst du ja in den Kommentaren schreiben. Sorry. Und ich werde es bestimmt bereuen, das gleich zu fragen, aber unser Freund, Herr Döhler, fragt, ob... Ach Gott, das kann ja nur gut werden. Das kann wahrscheinlich auch nur ein Insider sein, ich verstehe es nämlich nicht. The Fat Kids of Cancer Island, ob das auch Geschichte ist? Ja, ja, also zur Erklärung, die GameStar hat ja so dieses Comedy-Format, die Redaktion. Dafür habe ich jetzt in der letzten Zeit öfter die Drehbücher geschrieben und habe versucht mehr, wenn Besuch da war, mehr so Gastauftritte von Entwicklerstars da reinzukriegen und einer davon war Ron Gilbert. Und dann war es immer so, du fragst den, hier, willst du da mitmachen? Und dann hatte ich mir für Ron Gilbert ausgedacht, da habe ich gesagt, so pass auf, wir machen das so. Ich komme zu dir und sage dir, ich will dir mein Spielkonzept verkaufen, das du für mich entwickeln sollst. Und hatte ihm aber dann nicht gesagt, was das ist. Und das Spielkonzept war eben, The Fat Kids of Cancer Island. Da sollte er einfach nur spontan drauf reagieren, was ich ihm da erzähle. Und dann komme ich halt so dazu und erzähle ihm halt so von meinem riesigen Spielkonzept, wo ich gesagt habe, so hey, was finden die Leute denn lustig? Ja, fette Kinder natürlich. Und dann auch noch, dann haben die auch noch Krebs. Aber hey, keine Sorge, ich weiß, was du denkst. Aber es ist diese lustige Art von Krebs, so ein Gehirnkrebs, das die alle total behindert macht. Also total widerliche Comedy-Ideen. Und dann sollte Ron Gilbert eigentlich nur die ganze Zeit dastehen und angewidert schauen und am Schluss die Security rufen. Und die hat dann Fabian Töhler gespielt. Gab es diese Folge? Ja, ja, das ist dann natürlich, also wir haben, das ganze Ding ist halt so zwei, drei Minuten lang und so was. Und wir haben das dann zusammengeschnitten für die Folge. Aber das ist so ein Cutaway-Gag, so Family Guy-mäßig, wo dann einer sagt so, mein Gott, das ist noch dämlicher, als damals, als der Pesch Gilbert sein Spielkonzept andrehen wollte. Und dann kommen halt so 30 Sekunden daraus. Sehr schön. Dann verlinken wir das natürlich auch gleich. Ist wahrscheinlich nur für Premium-Nutzer, leider. Aber kann man ja trotzdem verlinken, es gibt ja viele, die da... Genau, es sind ja alle Premium-Nutzer. Es sind ja auch, es ist nicht viel Geld im Monat, was man da bezahlt, ist auch ein super Deal. Ich meine, man kriegt die Games, Games war werbefrei und eine Vollversion im Monat, ne? Nochmal dran denken. So, das war der Werbe-Break. Uns wird ja immer schon zu starke Nähe zur IDG vorgeworfen. Das ist nach dem Podcast jetzt wahrscheinlich völlig unten durch. Echt? Woher kommt das? Gibt es dafür noch weitere Anhaltspunkte? Nö, weil halt, also Daniel ist ja auch bei IDG mal gewesen und hat natürlich auch viele Freunde da und deswegen sind halt sehr viele Gäste von IDG da und dadurch wirkte das so und dann durch den April-Scherz. Ah, der April-Scherz. Ach so, aber ich verstehe das nicht. Also ich meine es natürlich auch, also man kann ja gar nicht nah genug an sowas Vervorragendes wie IDG herzlichen. Ich drehe mal die Musik. Kennst du das wie bei den Oscars, wenn dann so dieses Mikro wegfährt? Ich dreh dich jetzt mal runter so. Genau. Das war's dann. Ich muss leider los hier. Kommt ein Tunnel, ich höre dich ganz schlecht. Wenigstens erzähle ich nichts über eure Nazi-Vergangenheit. Gut, wir werden öfter podcasten, da bin ich mir relativ sicher. Ich werde deinen Skype-Kontakt fest einspeichern hier und danke dir für den Besuch und eine schöne Zeit noch mit den restlichen Stunden bei Krawall und einen guten Anfang bei IDG. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020